Hi Leute! Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flippolino mit Lena. Da kann sie sich dann mal richtig austoben heute. Ja, wie man sieht sind wir jetzt angekommen. Lena und Papa sind schon fleißig hier am Hüpfen. Und es ist bis jetzt noch richtig leer. Ich denke mal das wird sich noch geben, weil wir haben ja heute auch Wochenende. Ja, aber bis jetzt ist es total leer. Also es ist richtig angenehm. Lena ist jetzt im großen Bälle-Paradies. Aber nicht nur Lena. Ja. Jetzt beginnen wir jetzt. Die wird dann selber anmachen. Lass es nicht mehr aufhören. Lass es nicht mehr aufhören. Das ist derart. Jetzt mal du, Josch. 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 Lena ist richtig in Element. Jetzt mal du, Josch. Jetzt mal du, Josch. Jetzt mal du, Josch. So, wir sind jetzt fast zwei Stunden hier. Wir machen gerade eine kleine Snackpause. Lena hat schon ein halbes Sandwich gegessen. Ein bisschen getrunken. Ja, meine leckere Faustina Sprudel Waldmeister habe ich neu entdeckt. Die ist grandios. Schmeckt supergeil. Ja, eben bin ich mit Lena Karussell gefahren. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist die kleine Mädchen dahinten. Ja. Ich habe mich jetzt hier verschanzt. Da hinten ist Lena mit Papa. Wir haben jetzt hier eine Festung gebaut. Die geht hier praktisch einmal rum. Da haben wir jetzt so eine Viertelstunde dran gebaut. Und Lena hat erst ein bisschen geholfen. Und jetzt sind wir hier gerade das Dach am bauen. Was man erst noch schälen muss. Leute, ich habe ja... Leute, ich habe ja gerade das Bananeneis gegessen. Ich kann euch sagen, sowas Ekliges habe ich noch nie gegessen. Ja? Die Banane hat gut geschmeckt. Aber die Bananenschale, die ist ja eigentlich zum Mitessen. Die war sowas von... Ne. Kann ich nicht weiterempfehlen. Lena und Mama fahren jetzt gerade Kinderkarussell. Und das ist unsere Aussicht. Ne, Lena? Ja. Ja. Na ja. Die hat ist ja. Tja. ذا. Da. Da.